Hallo und herzlich willkommen zum Manuels Adventskalender. Ja, neue Folge. Heute ist der 10. Dezember und heute zeige ich euch, wie ich, ja, mein Brötchen mache. Ich habe ein trockenes Brötchen geschnitten und lege da Käse drauf. Und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Das ist Käse 1. Das ist Käse 2. Einfach lecker. Mmh, lecker. Das nicht. Hm. Ja, Gott. Muss ich sagen. Das war's. Ja. Heute mal eine etwas andere Folge. Und trotzdem sage ich heute auch wieder mal. Ich grüße euch und hab noch einen schönen 10. Dezember. Und tschau. Ja. Ja. Oh no. Bis zum nächsten Mal.